Guten Morgen Namibia! Heute ist ein Reisetag, aber bevor es nach Deutschland geht, muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Ich muss mein Zeug zusammenrollen. Mittagessen in der Stadt. So, das Essen war richtig lecker. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und deswegen wollte ich nochmal einen zweiten Versuch starten bei der National Art Gallery. Los geht's! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So, das war richtig gut. Ich freue mich, dass ich nochmal hier gewesen bin. Ich habe Skulpture gesehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das hat mich total fasziniert. Richtig schön. Also wenn man hier ist, kann ich sehr empfehlen, hier mal herzukommen. Okay, ab geht's zum Auto. Da ist man 10.000 Kilometer oder so von der Heimatstadt entfernt, hier in Hannover, und sieht einen Aufkleber hier. Okay, los geht's, den Mietwagen abgeben. Okay, den Mietwagen haben wir zurückgegeben. Und jetzt geht's mit dem Transfer zum Flughafen. So, wir sind jetzt am Flughafen. Jetzt heißt es Gepäck abgeben und danach ist Zeit für Eis. So, hier beim Flughafen gibt es leider kein Eis. Deswegen geht's jetzt noch mal kurz unter den Städten. Mit Eis ist jeder Tag ein besserer Tag. Ich liebe es. Jetzt wird noch ein bisschen gecheckt. Und dann beginnt ja auch schon weit das Boden. So, tschüss Namibia, du warst der Hammer. Danke, Mama, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.